Da ist er ja, der verdorrte Wald. Das Orakel sagt, folge dem Pfad. Was für ein Pfad? Das könnte er sein. Oder das. Welcher es auch ist, wir folgen ihm jedenfalls nicht in der Luft. Was war das? Vögel und Frösche. Das weiß ich auch. Das glaub ich einfach nicht. Du fürchtest dich vor dem verdorrten Wald. Ach, das ist doch totaler Schwachsinn. Ich glaub... Was war das denn? Einhörner. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch.